Mensch, Klaus, mit dem Essen spürt man mich. Ja, ja! Ist das gefährlich? Mutti hat das gekocht. Attacke! Noch ein Stück, Junge! Schon mal mit Faserstiften gemalt oder sowas? Genau, da ist mein Problem. Ich nehme nämlich eigentlich Wachsmallstifte zu malen. Im Ort habe ich mich an ein Löschblatt geschnitten. Warum denn das? Na, weil die Enden so scharfkantig waren. Das hat Sauweh, du Fotze. Außerdem habe ich jetzt nicht so viel Zeit, mit ihr zu reden, weil gleich kommt nämlich meine Lieblingssendung, Der Sandmann kommt im Fernsehen. Mei, heute kommt nämlich die Folge, wo Moppy und Schnatterin schnitt sich gegenseitig einen runterholen. Fasso! 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 Und mach die Tür endlich dazu, okay? Das soll dein Geschenk zum Vatertag werden. Das stecken, Junge! Das ist mein Geschenk zum Vatertag. Untertitelung des ZDF, 2020